Sie strahlt ihn ganz verliebt an, kann nicht anders, als ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Er schmunzelt zurück und scheint sich zu fragen, womit er dieses Glück überhaupt verdient hat. Ja, diese Blicke sprechen Wende. Seit 13 Jahren sind Frank Elsner und seine Britta verheiratet, kennen tun sich die beiden aber schon seit 1984. Dass ihr Herz auch nach all den Jahren immer noch für den jeweils anderen schlägt, beweisen diese neuen Pärchenfotos. Anlässlich des 80. Geburtstages des Moderators im April 2022 haben die beiden einem kleinen Fotoshooting zugestimmt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf einem Foto steht die TV-Legende an eine Säule gelehnt. Ehefrau Britta stützt sich auf seine Schultern ab und schenkt der Kamera ihr freundlichstes Lächeln. Auch im Grünen wird deutlich, das Duo harmoniert perfekt. Frank Elsner bietet seine legendäre TV-Pose und nimmt seine Gattin in den Arm. Die kuschelt sich eng an ihn. Dass die beiden stolze 22 Jahre trennen, ist dem Wetten-dass-Erfinder kaum anzusehen. Trotz seiner Parkinson-Erkrankung, die er 2017 öffentlich machte, steht er selbstbewusst da und wirkt fit und munter. An der Seite seiner Frau blüht er auf. Das, wie wir finden, schönste Foto ist aber diese Momentaufnahme, auf der sich die beiden tief in die Augen blicken und einfach nur glücklich wirken. So schön kann die Liebe sein.